Daniel, danke für die Gelegenheit mit dir noch kurz zu sprechen. Ihr seid's, mit welcher Erwartung habt ihr noch viel hier kommen? Ja, dass wir gewinnen müssen. Natürlich haben wir gewusst, es ist eine schwere Partie, weil sie haben schon ein paar Leute abgegeben. Und trotzdem, das Spiel ist schwer natürlich für alle. Ganz grundsätzlich, ihr seid ja eigentlich heuer nur an der Tabellenspitze unterwegs gewesen. Wie zufrieden bist du mit der Saison von euch? Natürlich super zufrieden, also so weit oben hat man uns nie gedacht, dass wir sein. Und das genießen wir, aber trotzdem arbeiten wir halt, dass wir oben bleiben. Und zum heutigen Spiel natürlich noch einmal, wie hart war das Stückchen? Weil trotzdem gegen die Pioneers, wie war die Leistung von den Pioneers aus deiner Sicht? Gut eigentlich, ich finde defensiv waren sie die ganze Saison eigentlich schon stark. Und das haben sie heute wieder gemacht und uns hat das Powerplay schon rausgerissen. So ehrlich muss man sein. Und ja, dann hast du halt gewonnen eben. Ich glaube drei Tage im Powerplay waren sie. Alles Gute fürs nächste, danke. Ciao. Servus.